Die Dimexco für uns ist eine unglaublich wichtige Plattform, um unsere Partner zu treffen, sowohl Unternehmen als auch Agenturen, um einfach wieder das Netzwerk zu pflegen. Wir kommen eigentlich jedes Jahr auf die Dimexco und es ist immer wieder schön zu sehen, wie sich die Messe auch verändert hat und den unterschiedlichen Kundenbedürfnissen auch angepasst hat und aus diesem Grund, glaube ich, ist das ein voller Erfolg, auch dieses Jahr wieder.